Wir von der NPD sagen aber, dass Deutschland und Europa endlich einen eigenen Weg finden muss. Wir sagen den Amerikanern, dass sie uns mit ihren Kriegen und ihren Waffen zufrieden lassen sollen. Wir wollen endlich nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt, also auch für den Irak, für Syrien, für die Ukraine, für Russland, Frieden, Freiheit und Souveränität. Die etablierten Parteien schwadronieren immer von Demokratie. Demokratie heißt aber Volksherrschaft. Volksherrschaft setzt voraus, dass man selbstbestimmt ist. Auch wenn das Volk nicht herrscht, dann ist es nicht selbstbestimmt und dann gibt es auch keine Demokratie. Wir Nationaldemokraten fordern nichts Geringeres als Freiheit und Selbstbestimmung für Deutschland. Outro Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018